Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar führen wir mal die Exchange-Liste ein bisschen weiter. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Exchanges rausgenommen, beziehungsweise halt einfach mal so geguckt, ja, läuft das alles und was weiß ich, wie ist meine Meinung dazu. Und vor circa einem Jahr wurde ich schon mal auf Globians, Globians, je nachdem wie man es ausspricht, spricht glaube ich jeder anders aus, angesprochen, was ich davon halte. Und da war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, weil kannte ich nicht und weiß ich nicht und dann habe ich es irgendwie in Vergessenheit geraten und dann sind wir irgendwann mal, hatten natürlich auch einen Exchange-Token, da werden wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Bin ich jetzt vor kurzem wieder ein bisschen drauf gestoßen, so kann man es sagen, drauf gestoßen. Und jetzt wollte ich mal mich so, ihr seht da oben schon, ich habe einen Haufen Tabs offen, weil ich mich ja echt informiert habe mal drüber, will ich das heute einfach mal mit euch durchgehen und am Ende so ein bisschen mal mein Feedback da lassen. Ich muss schon mal vorne rein sagen, mein negativer Eindruck, den ich vor einem Jahr hatte, hat sich mittlerweile echt gewandelt, weil sich auch was getan hat. Also so viel schon mal vorweg. Aber bevor wir starten, trotzdem, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, gestern kam eine neue Folge Crypto & More raus, die ich hier noch nicht aktualisiert habe. Aber gestern, wie sollte man mit dem Trading beginnen? Ich glaube, das interessiert euch alle. Da haben sich René und ich ein bisschen Zeit genommen und einfach mal so die wichtigsten Fragen beantwortet. Also hört euch das gerne an. Spotify, Apple, Deezer, überall erhältlich. Und ja, genau. Genug Werbung jetzt gemacht. Gehen wir rein in das Video von Globians. Oder Globians. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist auch völlig egal. Darum geht es nicht. Und zwar, wie gesagt, vor einem Jahr hieß es hier schon mal, jo, Manu, guck das mal an. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich gestört. Aber ich muss sagen, mittlerweile hat sich hier einiges getan. Und vor allem, wenn man hier mal ein bisschen Research betreibt, was ich dann auch gemacht habe, sieht man schon ordentlich, was hier läuft und was auch viele Vorteile haben könnte gegenüber anderen Exchanges. Das ist auch Zweckslizenzen und den ganzen Mist, der da mitkommt mit Mika etc. pp. Account brauche ich euch nicht erklären. Ihr könnt euch einen Account da machen. Ich packe euch da alles unten rein. Einen ganz normalen Link. Dann könnt ihr euch da anmelden und das selber mal austesten. Ich brauche euch nicht erklären. Quickswap. Jeder kennt das bei Börsenvorstellungen. Es gibt hier einen Quickswap, wo ihr changen könnt. Ist jetzt auch nicht so das Besondere. Und darauf will ich jetzt eigentlich auch nicht raus. Ich kann euch das alles mal ganz so zeigen. Es wurde hier viel von der Community auch, sage ich mal, abgestimmt. Also man geht hier viel auf die Community ein. Es sieht aus wie eine Exchange. Wichtig ist hier nur, es läuft auf dem XTC-Network. Das finde ich sehr, sehr geil. Globians ist mittlerweile fünf Jahre am Markt. Und wir haben hier eben durch dieses XTC etc. pp. auch einen ISO 222 zertifizierten Datenaustausch. Was halt sehr, sehr geil ist, meiner Meinung nach. Ist, glaube ich, auch die erste Exchange, die auf XTC-Network läuft. Und wir haben gesehen, was vor ein paar Wochen hier an Hype war über das XTC. Also auch über den Coin. Ist auch noch ein interessanter Low-Cup. Werde ich vielleicht auch noch mal ein extra Video machen. Aber was ich so jetzt die Erfahrungen gemacht habe. Es läuft wirklich alles flüssig. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Gefällt mir so von der Aufmachung. Klar könnte es vielleicht ein bisschen übersichtlicher sein. Aber die App wiederum. Und ihr wisst, ich bin zu 99% am Handy. Ist dafür wiederum top. Also die gefällt mir bombe. Ich bin nicht so Fan irgendwie immer am PC. Und dann so die Charts und sowas. Aber muss man hier sagen, ist auf jeden Fall schön ausgemacht. Dann habt ihr natürlich hier oben alles Mögliche, was es gibt. Hier gibt es natürlich auch ein Launchpad. Das letzte war jetzt gut. War sogar relativ erfolgreich, was ich so mitbekommen habe. Launchpad S. Das wird dann noch mal ein bisschen interessanter. Da gehen wir dann gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Natürlich auch Staking. Was hier die Möglichkeit besteht. Payments. Und das ist auch sehr, sehr geil. Und zwar, gut, mittlerweile haben es viele. Aber du kannst hier verschiedene, ja, Auszahlungspartner oder Kunden anlegen. Und zwar, dass du sagen kannst, okay, ich will jetzt meine Kryptos. Was auch geil ist halt. Du kannst deine Kryptos, weil wir hier eine Zertifizierung auch haben. Also beziehungsweise Lizenzen in der EU und anderen Ländern. Dann kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Kannst du hier Leute anlegen. Zum Beispiel Mama, Papa, was weiß ich. Und dann die kannst du es dann wiederum auszahlen. Sehr, sehr geil. Finde ich auch gut und wichtig. Mittlerweile eben diese Krypto und Fiat Anbindung. Und da hat Globians auch noch geplant, was ich jetzt so mitbekommen habe. Auch durch Videos. Grüße gehen raus an Daniel. Muss man auch mal hier ein bisschen an Abtrend hier ein bisschen Props rausgeben. Der das immer sehr, sehr gut aufbereitet. Auch ein Interview hier gemacht hat mit dem CEO von Globians. Und dass da zukünftig auch Banking-Services etc. angeboten werden. Und das ist ja so ein Punkt. Wie bringst du Krypto zu den einfachen Leuten? Und dann finde ich diesen Ansatz hier eigentlich sehr, sehr geil. Weil du halt im Endeffekt dann ein Bankkonto hast mit Kryptokonto. Und dadurch dann wieder immer, immer Off-Ramp, sage ich mal, alles hier zahlen kannst. Und das finde ich gut. Gibt es derzeit meiner Meinung nach nur ein Unternehmen, wo ich jetzt keine Werbung machen möchte, was es jetzt bald anbieten wird. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Du musst die Einfachheit halber zu den Menschen bringen, um den Kryptospace auch attraktiver zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach. Und früher oder später ist dann auch eine Finanzberatung mit Genehmigung von Wertpapieren. Also das heißt, hier sollen auch Wertpapiere gehandelt werden. Mit aber natürlich Lizenz. Nicht irgendwelche, ja, ich biete das jetzt hier an, obwohl ich es gar nicht darf. Wirklich mit Wertpapieren soll hier alles kommen. Also die haben sehr, sehr viel vor. Finde ich auch sehr, sehr gut. Gut, dass sowas kommt, wie gesagt. Und ja, Lizenzen liegen anscheinend vor. Dann habe ich ja schon gesagt, okay, es gibt den Globians Exchange Token. Das war eigentlich auch so damals so dieser Hauptding, warum ich gesagt, ich muss mal hier aktualisieren, glaube ich. Ja, jetzt passt. Warum ich damals angesprochen habe, guck dir den mal an. Finde ich jetzt, ja, ist halt ein Exchange Token. Wenn die Exchange to the Moon geht, gefühlt, dann wird natürlich auch der Gebex Token hier extrem explodieren. Wir haben hier eine Total Supply momentan von 300, boah, jetzt muss ich mal selber, 379 Milliarden, wenn ich jetzt richtig sehe. 500 Milliarden ist dann, ja, der Maximum Supply. Und wir haben eine Market Cap momentan von 36 Millionen. Also das ist natürlich wieder sowas. Ja, man kann vielleicht hier investieren, wenn die Exchange, also ich finde, wie gesagt, wenn da alles kommt, was die planen, ist es Bombe. Und dann könnte auch der Tokenpreis natürlich durch die Decke gehen, aber ihr habt natürlich die ganz normalen Vorteile hier. Ja, günstigere Gebühren und sowas, das brauche ich euch jetzt auch ehrlich gesagt nicht so zu erklären. Gehen wir aber jetzt mal ein bisschen Transparenz halber drauf ein. Und zwar, es wird hier geworben, Crypto Assets 100% verwahrt und auch die Fiat Assets 100% verwahrt. Und das ist ja, mit Crypto Assets ja verwahrt, sollte man auch mittlerweile so nach dem ganzen FTX-Debakel und sowas, sollte auf jeden Fall kommen. Man hat hier, wie gesagt, dieser Hot Wallet Security Guarantee, all Assets stored on the Globians Plattform, in Hot Wallets are 100% secured. Das heißt, die sind alle 100% sicher, wird auch hier sehr schön drauf geworben, ist ein bisschen schwer zu finden, müsst einfach auf Products und dann hier einfach mal ein bisschen gucken, beziehungsweise auch Services. Ist ein bisschen schwer, aber wenn ihr das mal rausgefunden habt, dann seht ihr das auch alles. So, gehen wir aber zu das Wichtigeren und zwar Globians has licenses in Schweiz, finde ich schon mal gut. Australia, USA, Europa, Litauen. Litauen nehmen sehr, sehr viele mittlerweile so in ganz Europa, dass sie alle in Litauen ansiedeln. Natürlich ist es jetzt auch keine 100%-Ding in Deutschland, aber auf jeden Fall schon mal eine europäische Lizenz. In Litauen ist schon mal der erste Step und das finde ich auch wichtig. Deswegen ist auch hier noch keine deutsche Sprache. Also man versucht hier auch, sich an die Gesetze zu halten und alles. Man hat sehr, sehr viele Lizenzen. Virtual Assets, Service Provider, Financial Institution, Payments, Security Exchange. Also ihr seht, es wird hier und das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, was ich gut finde. Das wird hier sehr, sehr offen kommuniziert, welche Lizenzen man und sowas hat. Das versucht es mal bei anderen Börsen irgendwie rauszufinden. Das ist teilweise echt schwer und sowas. Deswegen auch hier muss man sagen, bin ich positiv überrascht worden. So, dann Globians Payments Solution und das ist das, was sehr, sehr interessant werden könnte. Und zwar, man sieht jetzt hier schon kontaktloses Bezahlen, wie einfach das dann im Endeffekt passieren soll. Du kriegst dann einfach nur so ein QR-Code und so und das ist alles, ja, über die Globians App. Und das könnte halt auch so ein Game Changer werden, weil wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt. Es ist wichtig, dass du Krypto zu den Leuten bringst auf einem sehr einfachen Weg. Und das versucht man hier eben. Wie gesagt, du bringst dann Wertpapiere immer drauf, du bringst ein IBAN-Konto da drauf, dass du auch zahlen kannst etc. Und das finde ich halt eigentlich sehr, sehr geil. Und dann noch auf dem XTC-Network, was sehr, sehr schnell auch noch funktioniert, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also man hat hier sehr, sehr viel vor, beziehungsweise funktioniert auch schon sehr, sehr viel. Und man sieht, das finde ich zum Beispiel cool, Merchant, Mr. Babysitter, Reference, Babysitting und dann sieht man auch hier Amount. Und das Ganze soll halt auch sehr, sehr günstig werden zukünftig. Also diese Plattform hat sehr, sehr viel vor, hat schon sehr, sehr viele Lizenzen und geht auch stetig voran. Und das finde ich wirklich krass. Und ich weiß nicht, ich glaube vor einem Jahr war das noch nicht so, weil ich war vor einem Jahr nicht davon überzeugt. Irgendwas hat mich gestört. Aber wie gesagt, umso mehr Research und was man auch im Endeffekt hier so erfährt, auch jetzt natürlich auch durch das Video von Daniel von Abtrend, das Interview und sowas, ist da schon echt viel geboten. Und wenn die das so auf die Reihe kriegen und auch zwecks Marketing dann alles läuft, kann ich mir vorstellen, dass das mit vielleicht ein, zwei anderen Börsen eine sehr, sehr große Konkurrenz werden könnte und ein richtiger Game Changer. Aber dafür muss es halt auch weiterhin liefern. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es jetzt auch noch die Globians Pay Security Token Offering. Auch sehr, sehr interessant. Und zwar wird man hier 100 Millionen Token verkaufen. Und da wird es jetzt, was ich vorhin angesprochen habe mit diesem Launchpad S, geht mal hier drauf. Und das ist eben hier dieses Globians Pay. Und zwar funktioniert das so. Es werden 100 Millionen Token verkauft. Und ihr kriegt 7,5% Umsatz an diesen Token. Also auf den Umsatz des Gewinns von dem Unternehmen. Und das ist happig. Also natürlich, ihr kriegt nicht 7,5% vom Umsatz. Ihr kriegt dann beispielsweise, ihr kauft eine Million Token. Jetzt nur mal so nebenbei. Ihr kauft eine Million Token, was wahrscheinlich keiner von euch machen wird, aber ich sage es jetzt einfach mal rechts als Beispiel. Dann kriegt ihr von den 7,5% Umsatz, Beispiel das Unternehmen macht eine Million Umsatz, kriegt ihr 7%, 7,5% sind dann, jetzt muss ich rechnen, 75.000 Euro. Und ihr kriegt 1% davon auf euer Konto gutgeschrieben. Und das finde ich halt geil. Hier geht es um Umsatz, nicht um Gewinn. Das wurde auch nochmal ganz, ganz deutlich betont. Finde ich sehr, sehr geil. Und ihr habt natürlich dann auch Mitspracherecht. Ihr könnt auch bei Calls dabei sein. Also hier, das finde ich richtig geiles Angebot eigentlich. Und zwar läuft es auch jetzt noch, ist ein bisschen knapp jetzt bis 22.08. bis 18 Uhr. Läuft da auch jetzt noch, sage ich mal, dieser Softcap mit 0,76 Euro Cent. Also das heißt, 76 Cent kostet ein GBPay-Token derzeit. Ja, und ihr müsst Minimum 100 davon kaufen. Das heißt, ihr müsst mindestens 76 Euro investieren. Finde ich okay. Dafür seid ihr dann aber auch umsatzbeteiligt, teilweise auch so stimmrechtsmäßig beteiligt. Habt mehrere Möglichkeiten. Also ich finde es schon geil, was hier im Endeffekt dann noch kommen soll. Also auch, was hier geworben wird, der GBPay-Token ist der Security. Also hier wird sogar schon von Security gesprochen. Natürlich auch, wie gesagt, mit allen Lizenzen und sonst was. Und einer wird dann grundsätzlich einen US-Dollar kosten. Und jetzt halt eben Pre-Sale, kann man dazu schon sagen, ist es halt deutlich billiger. Ja, Security-Token. Also ihr seht, ich finde es echt geil. Also umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Spaß macht mir das auch noch so. Und ja, dann gibt es auch noch hier, wo war das, war das der Artikel? Globians, genau. Und Comtex Gold, Offer Gold und Silverback Tokens. Auch geil. Also Gold-gedeckte Token und Silber-gedeckte Token finde ich sehr, sehr nice, dass das auch angeboten wird. Und das halt auch alles hier, ja, auch noch gedeckt ist. Und dann ist es ein bisschen schwer, sowas zu finden. Also da habe ich mir ein bisschen schwer getan mit solchen Dingern, aber auch ganz cool. Und auch, ja gut, ICOs. Hat BTC Echo auch mal einen Artikel über Globians drüber. Sponsored Post, darum geht es nicht. Also auch das werde ich euch unten mal rein verlinken. Aber ich bin hier positiv überrascht worden, auf jeden Fall. Auch hier nochmal, Globians Paints announces the release of their security token offering. STO heißt es bei denen. Da steht dann auch nochmal, Token Holders have the potential to receive 7,5%. Halt an den Shares, beziehungsweise an dem Umsatz, an dieser Umsatzbeteiligung. Also wie gesagt, ich werde euch das alles unten mal reinpinnen. Und auf Twitter natürlich auch mal hier vorbeischauen. Und auch eine gute ausgerichtete Twitter-Seite, immer sehr, sehr aktuell. Da seht ihr auch nochmal, wo die mittlerweile überall aktiv sind. Also sie verbreiten sich, vor allem, ich sage jetzt mal, in den westlichen Ländern, so Afrika und sowas noch nicht. Und auch, sage ich mal, so Ostblock-mäßig auch noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen, was ich da jetzt zumindest rausgehört habe. Also ich muss sagen, vor einem Jahr hättet ihr mich gefragt, hätte ich gesagt, nee. Okay, aber mittlerweile, wenn das alles so kommt und ich finde hier mit der Quickswap-Funktion, Exchange, wie gesagt, sieht überall gleich aus. Launchpad S finde ich gut. Und halt auch diesen Payment-Service, der hier dann immer weiter ausgebaut wird, auch mit IBAN-Konto und sowas. Ist es wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Firmen, aber auch für Privatpersonen, zukünftig hier wirklich eine gute Exchange zu haben. Also es könnte, es geht ja auch immer darum, man versucht immer Alternativen zu Binance zu finden. Binance ist immer noch top, top, top ganz oben oder strahlt von oben. Und man versucht dann immer, Exchanges zu finden. Dann hast du immer das Problem teilweise, ja, Regulierung, bla, bla, bla. Die versuchen jetzt hier wenigstens schon mal die Lizenzen zu kriegen. Und ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Und ich werde auch mir den Spaß machen, an diesem Launchpad S mal 100 oder 200 USDT zu investieren. Also das heißt 200 Euro. Und das einfach mal so laufen lassen. Macht es nur, wie gesagt, informiert euch da, auch wenn es jetzt nur noch bis zum 22. August ist. Es wird dann nochmal eine Phase geben. Aber nur noch bis zum 22. August eben diese Phase mit diesen 0,76 pro Token. Macht euch da keinen Druck. Informiert euch echt mal über diese Exchange. Schaut euch das an, was denn ihr Plan ist. Schaut euch den CEO genauer an. Und dann trefft eure Entscheidung. Jetzt nicht aufgrund dieses Videos. Aber wie gesagt, ich bin hier, ich kann echt mit positiven Gewissen oder mit gutem Gewissen sagen, mir gefällt diese Exchange. Es wird hier viel gebaut. XTC Network ISO 222 zertifiziert. Ich weiß noch, was ich noch dazu sagen soll. Also ich bin echt positiv überrascht. Wie gesagt, über den Token an sich brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel dazu sagen. Da kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Wenn du die Exchange nutzt, macht es natürlich Sinn, in so einem Token vielleicht zu kaufen wegen den Gebühren. Aber ansonsten jetzt nur aufgrund von Low Cap hier zu investieren, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Guckt euch die Exchange an. Das ist das Wichtige. Und was hier alles geplant ist. Und ich werde das auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter beobachten. Sollte es hier irgendwelche News dazu geben, werde ich hier auf jeden Fall wieder drüber berichten. So, und das war es dann von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal eure Meinung rein. Findet ihr es gut, welcher Weg hier eingeschlagen wird, auch von der Transparenz und sowas? Oder sagt ihr, nee, ist gar nicht meins. Gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Würde mich interessieren. Und damit war es das von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020